Hallo, jetzt kommst du zu diesem neuen Video. Heute gibt es nochmal ein Video von meiner USA Reise. Ich war ja in New York gewesen, wie ihr wisst, aber ich habe auch einen Tagesausflug nach Washington DC gemacht und das will ich euch jetzt hier in diesem Video zeigen. Man fährt ungefähr so von New York, von Manhattan nach Washington, ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden. Ja, das ist nur den Highway immer lang und dann kommt man irgendwann in Washington an. Dort haben wir uns ein paar Sachen angeguckt, wie natürlich das Weiße Haus, das Kapitol, koreanische War Memorial und auf dem Militärfriedhof von Arlington waren wir gewesen. Wie gesagt, werdet ihr jetzt hier in dem Video sehen. Ich will auch gar nicht so viel erzählen. Ich lasse die Bilder auch einfach mal so für sich stehen. Ich schreibe immer unten hin, wo es ist, was es ist. Aber ich denke mal, die meisten Leute werden wissen, was es ist und werden es erkennen. Ja, einfach mal so, dass ihr da ganz entspannt auch mal das verfolgen könnt und wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, ich denke mal. Und in diesem Jahr, in diesem Jahr, in 64, es gab 50.000 Leute pro Tag, hier, zum Besuch. Auf Englisch, auf amerikanischer Englisch, France, France, Greece, Columbus, thought he was in Columbus, get out of it in India. Oh, Italy, okay, la piccola Italia, okay, so what happened is the bird, which is a turkey, so it's a bird, right, and in Indian, in Turkish, the name of the bird is not turkey, it's Indian. Die Freiheit des Pilates ist gratis. In den Namen, die alle die Soldaten, die hier bei... Ich habe den Film, die Forrest Gump gesehen. Das ist hier. Was sah? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020